So, wir hören jetzt noch den jungen Felix, bitte Applaus schonmal! Hallo, ich bin der Felix, ich bin zwölf Jahre alt und ich finde es super, dass ihr alle da seid! Und jeden Montag werden wir immer mehr und das wird immer besser! Ich freue mich schon auf den nächsten Montag! Applaus Applaus Vielen Dank.